Und damit die Algorithmen das tun können, müssen sie dich gut genug kennengelernt haben. Und insofern lautet die Daumenregel, wenn du im Internet damit anfängst, deinen Lebenstraum in die Welt zu bringen, rechne damit, am Anfang kriegst du erstmal ein paar Daumen runter, bis die Algorithmen dich kennen. Und geschätzt 99% der Menschen, die es halt mal versucht haben, steigen dann aus, weil es scheinbar nicht klappt. Die, die weitermachen, von denen steigen dann viele zu einem späteren Zeitpunkt aus. Die, die aber durchhalten, die machen im Kern vor allem eins, sie lernen sich selbst immer besser kennen, sie finden immer mehr heraus, was sie wirklich begeistert, weil in dem Maß, wie du begeistert bist, steckst du andere mit deiner Begeisterung an. Und das ist im Grunde genommen ein ganz wesentlicher Teil der Währung, über die du dann verdienst, über deine Begeisterung.